Herzlich willkommen auf meinem Kanal Faszination Natur. Heute stelle ich euch den Silberreiher vor. Mein Name ist Michael Held und ich danke dem Thomas Plack vom Voglerschief.de Kanal, der die Filmaufnahmen zu diesem Video zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank. Der Silberreiher ist ein eleganter, großer, rein weiß gefiederter Reier, der bei uns vor allem im Winter vorkommt als Gast. Sonst ist er als Brotvogel bei uns sehr selten. Die allerersten sicher nachgewiesenen Broten, die gab es im Jahre 2012. Und nach wie vor sind das nur vereinzelte Broten in Deutschland. Hier seht ihr einmal das Verbreitungsgebiet, blau eingezeichnet bei uns als Gastvogel, also im Winter vor allem. Und hellgrün seht ihr dort, wo die Vögel im Sommer brüten. Und dunkelgrün auf dieser Karte die Gebiete, wo sie das ganze Jahr über anzutreffen sind. Also zum Beispiel in Südamerika, in großen Teilen Afrikas, aber auch in Indien, Australien, Indonesien und so weiter. Also bei uns nur im Winter als Gast. Aber immer häufiger. Vor wenigen Jahrzehnten waren die Silberreiher bei uns eine absolute Ausnahmeerscheinung. Und inzwischen sind sie, die auch oft mit den Graureihern zusammen zu sehen sind bei uns, manchmal sogar häufiger als die Graureiher. Der Silberreiher wird bis zu einem Meter groß und hat eine Flügelspannweite von etwa 1,50 bis 1,70 Meter und ein Gewicht von 1 bis 1,5 Kilogramm. Seine Beine sind grünlich-grau bis richtig schwarz und die ist gelb und der Schnabel zur Brutzeit schwarz mit einem gelben Basis. Aber außerhalb der Brutzeit, also dann, wenn ihr ihn in Deutschland sehen könnt, ist der Schnabel gelb oder manchmal auch orange-gelb eingefärbt. Der Bereich um das Auge und hin zum Schnabel ist nicht befiedert und dort sieht man die grünlich-gelb gefärbte Haut außerhalb der Brutzeit und während der Brutzeit ist das helles Maragdgrün gefärbt. In der Brutzeit, also bei uns meist nicht zu sehen, zeigt der Silberreiher auch lockere Schulterfedern lange, die mit langen Seitennästen ganz auffällig sind, schöne Schmuckfedern. Hier auf diesem Foto ist das wunderbar zu sehen. Silberreiher bauen große Nester bis zu einem Meter Durchmesser und die bauen sie direkt auf der Erde in unzugänglichen Röhricht oder auch in Bäumen, teilweise einzeln oder auch gerne in Kolonien, wie man das ja auch von den Graureihern kennt. Die Jungvögel sind Nesthocker und lassen sich eben lange noch von ihren Eltern füttern und hier seht ihr, sie sehen etwas zerzottelt aus. Sehr nette Genossen hier. Der Silberreiher, wie die meisten anderen Reiher, auch sind natürlich auf Feuchtgebiete angewiesen mit Schilfbewuchs. Dort können sie ihre Lieblingsnahrung, die Fische und andere Wassertiere jagen, auch wenn sie außer Fischen noch andere Tiere, auch durchaus Mäuse, fangen. Der Silberreiher ist ein sehr geschickter Fischreiher. Er fängt die Fische im niedrigen Wasser, steht bewegungslos und wartet, bis die Fische herangeschwommen kommen und dann werden sie blitzschnell, feilschnell zugestochen und der Fisch erbeutet. Dann meistens ausgerichtet so, dass der Kopf zuerst in den Schlund hinein rutscht, gerne noch ein bisschen Wasser nachgetrunken und dann rutscht der Fisch mehr oder weniger gut und leicht hinunter, je nach Größe der Beute. Hier sieht man sehr schön, wie der Fisch im schmalen Hals des Silberreis ist. Hier kann man sogar erkennen, wie sich der Beutefisch noch schlängelt und wehrt innerhalb des Halses. Und hier einfach nochmal zum Genießen, ein paar kurze Szenen, wie verschiedene Fische von dem Silberreiher gefangen worden sind und verschlungen werden. Der Silberreiher ist ein eleganter Flieger. Er kann auch gewisse Strecken segeln und dann landet er im Flachwasser oder im Schilf. Hier ein schönes Beispiel für Imponiergehabe. Zweier Silberreiher, die sich gegenseitig zeigen, ich bin der Größte, recken ihre Hälse und Schnäbel, um zur vollen Größe sich aufrichten zu können. Ich hoffe, ihr habt diese Vorstellung und die Aufnahmen des Silberreiher genießen können. Danke nochmal Thomas Plack und leid euch ein, dieses Video zu teilen und auch gerne meinen Kanal Faszination Natur zu abonnieren. Und wünsche euch viel Freude in und an und mit der Natur. Bis zum nächsten Mal.